weniger schmerzen lichtkörper reinigung durch erzengel metatron willkommen zu diesem video hier wirst du heilung erleben alles was du tun musst ist dich einfach nur hinsetzen oder hinlegen ich arbeite jetzt mit den frequenzen von erzengel metatron wir arbeiten an deinem physischen körper an deinem lichtkörper um traumata und tiefe schmerzen in deinem system zu heilen jetzt geht's los so beginnt erstmal die augen zu schließen wir gehen in ein leichtes energiefeld der ruhe und entspannung du fühlst über deine füße auch wenn du legst nach unten die anbindung an mutter erde du fühlst in deinem körper wie um dein körper herum lichtfrequenzen sich aufbauen es ist eine art kokon um deinen körper herum und du gehst mit deiner aufmerksamkeit in dein herz und du bittest über dein herz dass die frequenz von erzengel metatron dir hilft deine schmerzen zu lindern und während du gut beschützt in deinem physischen körper bist beginnt sich ein energiefeld zu öffnen ist die frequenz von erzengel metatron und erhält einzug in den raum in dem du bist und wir bitten jetzt erzengel metatron dass er mit dem würfel des metatron über deinen physischen körper geht und wir beginnen jetzt mit erzengel metatron die schmerzregionen zu transformieren wenn in deiner schmerzregion im licht körper eine anhaftung ist eine dunkle negative energie eine besetzung so bitte ich erzengel metatron und diese aufzulösen in allen zeiten räumendimensionen zwischendimensionen realitäten parallel welten auf allen ebene des seins diese tiefen traumata löschen und wir bitten jetzt der erzengel metatron diesen schmerz zu heilen und es füßt ein göttliches licht aus der quelle in deinen physischen körper zu der stelle deiner schmerzen und es sind nerven die komplett überreizt sind und wir beginnen jetzt diese nerven zu nehmen und den licht körper zu reinigen es ist wie eine art lichtbürste aus den ebenen von erzengel metatron und er beginnt jetzt diese nerven zu reinigen diese nerven mit ihrem schmerzerinnerungsfrequenzfeld an andere zeiten in denen du sehr sehr schlimme erlebnisse gehabt hast in deinem physischen körper ich unterbinde in raum und zeit zwischen dir und anderen inkarnationen aller schock den du erlebt hast in deinem physischen körper wenn er gestorben ist wenn er verletzt worden ist ich entkoppel es in allen zeiten räumen dimensionen zwischen dimensionen zwischen dir und anderen inkarnationen löschen 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 und deine ahnen dein körper gedächtnis ahnen die schlimme verletzungen erlebt haben bis zum ersten mensch und wir lösen jetzt in der kasha chronik in deinem physischen körper mit erzengel metatron alles leid was deine ahnen erlebt haben dein schmerz gedächtnis in allen zeiten räumen dimensionen zwischen dimensionen und inkopple dich und deinen physischen körper von den schmerzen deiner vorgänger deiner ahnen füße alle eide schwüre lehnseite blutseite bindungen und binnen erfahrung damit du frei bist anzahnauahe ashtahnauahe ashtahtei und wir heben dich jetzt an du bist gut geschützt in deinem physischen körper aber wir verlassen die dritte vierte und fünfte dimensionen der du aktuell inkarniert bist wir gehen höher sechste siebte achte dimension komm mit mir höher neunte zehnte elfte zwölfte dimension und in dieser dimension existiert frieden du befindest dich in einem großen heilraum aus den ebenen des lichts von erzengel metatron und er begleitet dich ganz sanft auf eine liege es ist eine licht liege dein physischer körper war in raum und zeit in der lage durch selbstheilungskräfte sich immer wieder zu regenerieren auch deine nerven die immer wieder informieren da stimmt etwas nicht da stimmt etwas nicht wir korrigieren diese informationsketten anzahna zu ashtahna tei und wir gehen wie eine art lichtpuffer vor die frequenz deiner schmerzen und es wirst ein göttliches licht und ich segne den bereich deiner schmerzen und ganz sanft gehst du jetzt auf diese lichtliege und erzengel metatron beginnt den bereich deiner schmerzen mit licht zu durchfluten es wirst ein göttliches licht in deinen körper erzengel metatron geht in jede zelle jede nerven frequenz überall dorthin wo du leidest und wir legen sanft unsere hände auf dem namen von erzengel metatron bitte ich um heilung deines physischen körpers erinnere dich wer du wirklich bist du bist pures licht pure liebe ein teil der schöpfung es ist dein geburtsrecht einen gesunden physischen körper zu haben das fließt ein die höchste heilenergie aus dem kosmos die liebe die reinigung metatron meine energie hält ein zug in diesen raum ich bin metatron und so begleite ich dich in den nächsten tagen und wochen um deinen physischen körper anzuheben in höheren lichtdimensionen wir nehmen eine art verschiebung vor eine neue matrix mit einem neuen licht körper der dir hilft deine physische matrix neu zu kodieren wir überschreiben ein programm das dir so viel leid und krankheit beschert und öffnen einen neuen möglichkeits raum mit deinem inneren ja beginnen wir die blau pause mit deinem physischen körper zu überschreiten denn in den frequenzen deines lichtkörpers existiert eine reale körperebene in der du heil und gesund bist du die verbindung läuft jetzt und so bin ich da und werde immer sein meine liebe fließt in dein herz und so öffnen sich die ebenen des lichts und du fühlst wie ein lichtkörper beginnt sich mit deinem physischen körper zu verbinden die erinnerung an heile kodierungen fließt in dein sein und mit deinem inneren ja beginnt sich dieses neue lichtkörperfeld mit deinem physischen körper zu verbinden um dir zu helfen deinen körper neu zu kodieren um dir zu helfen deinen körper zu regenerieren von tiefen leid und schmerzen in der nacht wirst du immer wieder angebunden an diese hohen schwingungen des lichts du hast die möglichkeit mit deinem inneren ja vor dem einschlafen wieder in diese hohen frequenzen zu kehren in die licht tempel der heilung und so beginnen wir nun ganz sanft die zwölfte dimension zu verlassen die ebenen von erzengel metatron tragen die aspekte deines seins wieder in deinen physischen körper alle aspekte werden geheilt und integrieren in deinen physischen körper zurück wir verlassen die zwölfte elf zehn neun acht sieben sechste dimension und du wirst ganz sanft auf allen ebene deines seins in die fünfte dimension integriert alles verbindet sich in raum und zeit und ganz langsam in seinem tempo kommst du wieder zurück in deinen wundervollen perfekten körper wir bitten um eine segnung von erzengel metatron deinen körper in einem hohen schwingungsfeld zu belassen dass der lichtkörper sich mehr und mehr mit seinem physischen körper verbindet alle anteile kehren gesund zurück in dein sein body soul fusion und du öffnest ganz langsam deine augen und du kommst zurück ins hier und jetzt mach diese meditation von erzengel metatron öfters und du wirst merken dass dein energiefeld mehr und mehr heil wird und die frequenzen schneller fließen schön dass du dabei warst ich würde mich sehr freuen wenn du meinen kanal abonnierst ich wünsch dir von herzen alles gute